was war das gerade ich hab nichts gemacht aber der versuchte zu spielen das mal auf ok hier ja ich komm herrn ist alles draußen habe ich doch gesagt hier muss der maler und er soll reinkommen Ja, du machst das mal ein Parcours, Digga. Okay. Dein Parcours, ein Sprung, oh mein Gott. Wenn du aus den Kalmen so richtig scheiße plattst, ne. Gut, da gibt es anders von seiner Mutter. Ne, ich habe nichts gemacht. Ne, ich weiß auch nicht, wie sie jetzt da drauf kommen. Ist doch toll. Ich habe mich einmal gebraucht. Gucken wir mal meinen Parcours an. Und jetzt siehst du, wie ich starte, Alter. Guck. Ey, soll ich dir mal zeigen, wie ich starte, wie ich richtig starte? Warte. Guck es dir erstmal an, Alter. Was für ein Profi ich bin. Guck, guck, starte. Oh Gott. Günja, ich muss nur kurz was bauen, ich bin gleich wieder da. Ja, ich bin gleich wieder da. Ja, ja, ich muss nur kurz was bauen. Nee. No. Es ist nicht, komm mal. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Gegen Pfosten. Was hast du gemacht? Wer hat gelacht? Wer hat gelacht? Wer hat gelacht? Der Name. Guck mal. Der Name lacht auch nicht. Ey, willst du mich verarschen? Guck dir mal an, wo geht's auch los? Ben, Ben, ich kann das nicht. Weißt du? Guck mal. Guck mal. Alles. Übertragend. Nein. 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 Ja. Nein. Ihr habt nur ہےst ihn. Nein, wir laufen uns einfach mal durch. Genau so muss man es machen. Ja, moin. Moisti moin. Alles gut? Perfekt. Du bist nicht kurz vom Ziel. Jetzt geht es noch weiter. Du musst auch noch editieren. Und ich habe ein kleines D-Stack eingebaut. Du musst es erst mal schaffen. Du musst es erst mal rausfinden. Ja. Okay. Oh mein Gott. Ich bin beim nächsten Check. Check mal auf. Leute. Ja, das war ein D-Stack. Ja, wow. Hast du vielleicht von Tri-Bands abgeguckt? Ja. Ja. Nee. Nee. Das gilt nämlich für deinen Skill. Ey, da war der Dribble 2. Nee. Digga. Mann. Mama. Sei da. Digga. Guck mal was ich getan hab. Dribble 1, Dribble 15 aber nicht. Nein! 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 Hello darkness! Mein Gott, ich hab mich schon geworfen. Ich hab mich nicht Drimmel eins, Drimmel fünf, aber der Drimmel zwanzig. Hopp, das wird's ja jetzt, oder? Mit deinem Teil! Spüchst du auch nicht. So, Gimäle, wer ist ans Erste geschafft? Loll! Guck mal! Ey! Hast du den Drimmel zwanzig gesehen? Zweimal! Ja, ja. Ernsthaft? Ich seh's, ne? Ach, Loll! Jawohl, als du sogar 160 geworfen hast. Hast du nicht. Natürlich! Hast du nicht. Trinklig! Hast du nicht. Doch! Hast du doch grad gesehen? Kann ich mir das angucken im Stream? Ja, guck halt. Wie? Weiß ich nicht. Nein! Andi! Das war... Das war Lacktroy. Ich weiß nicht, das war so Lacktroy. Ich hab noch nie... Dimmel zwanzig, dimmel zwanzig, dimmel zwanzig. Ich weiß nicht, was ich geworfen hab. Das war absolut klasse, Alter. Das ist 160. Ich werde dann geworfen. Guck mal. Ah, das war so knapp. Günder, wo chillst du noch? Und du bist verlenkt? Hä? Null. Oh mein Gott! 100... Ich war... Oh, hast du gesehen? Ich bin in den ersten zwei Fall ausgewichen. 100... Guck, hab ich geworfen. 100... Guck, guck, ich bin einfach nur krass. Guck mal, Alter. Guck dir das mal an. Ich bin so ein Profi, Mann. Ich bin so ein Profi. Ich hab noch eine Idee, was ich noch mache. Ah, perfekt! Ja! Ja! Ich auch. Ja, ich bin so gut. Ich bin so gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du nähst du in socken? Ha! Den fängt in die Blöden. Ist doch, mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich hab so einen Scheiß gemacht. Ich hab drei Punkte in einem Wurf geschafft. Dribbel eins. Ey Hannes. Woraus muss Daten kommen? Aus dem Handgelenk. Echt? Okay, ich probier's mal aus. Oh, er ist im falschen Weg gegangen. Er ist im falschen Weg gegangen. Der ist im falschen Weg. Es gibt nämlich einen richtigen Weg. Und das ist der. So, geht der Erschwimmer. Ah, der ist in seinem Haus. Oh, der ist jetzt einfach vergangen. Hat sich ins Knie geschossen. Sie hat ins Knie geschossen. Also meiner Mutter fährt jetzt um 5 Uhr heim. Wann fährt meine Mum mich ein? Äh deine Mum. Hallo? Um fünf. Um 17 Uhr soll ich daheimdäumen. Ja, da fahren wir los. Okay. Ey, guck mal los. Verlass mich. Easy. 180. Kommt her. Soll ich einfach versuchen? So? Mache. Guck mal. Kann man? Lass mich mal probieren. Spiel ist eh gern um 20 Sekunden nach. Aber du weißt nicht welcher Weg es ist. Wieso? Oh shit. Also. Ja warum? Spielen und starten vier eh. Ich weiß jetzt nicht ob er das auch macht, aber... Ha, muss los.